So heute mache ich mal Ansage glaube ich. Sonst macht es immer Robin Hood. Wir spielen wieder Killing Flow 2 bis hier oben ganz fett dasteht. Jetzt sind wir auf der Map Z-Landung. Und die anderen warten schon auf uns. Alle anderen sind bereit. Genau total breit. Oder die hübsche Braut an, Alter. Oh, ist das noch so geklemmt, Alter? Jetzt machen wir schön die Knete. Dann kommt die nächste Band los, ich langweile mich. Geil. Die kommt da auch noch bevor. Oh, die Pumpe. Aber zu lange zum Nachladen. Ihr habt ihnen schon zugesetzt, aber es sind noch einige. Ich freue mich auch nicht so. Die schlechteste Pumpe von allen, ey. Die ist auf jeden Fall besser als die andere. Die haben guten Schaden, die brauchen halt nur so länger zum Nachladen. Die Schussfolge ist nicht so gut. Wir kriegen von hinten auch noch zu. Ben, du bist erledigt. Auch machen Spaß, no? Oh, noch? Geil. Wo war das? Ey! Wo war das? Wo war das war? Wo liegt denn immer noch ohne Bob? Das hat die uns umgefallen. Ich liebe meine Waffen. Weg mit ihnen! Weiter so. Wenn ihr fertig seid, kann ich die Händler-Kapsel wieder öffnen. Geil, ihr könnt auseinanderballern, Alter. Zack, zack. Warum nur haben wir jemals unsere Höhlen verlassen? Geil, ihr könnt Kätzchen. Hier, hier vor mir läuft gerade Raum. Ich bin bereit zum Raum. Hehehe. So, der Kollege. Die Gummibär. Ja. Spreng können wir auch. Geht zur abgezeigten Kapsel für mehr Ausrüstung. So. Danke, Herr Braut. Ich nehme ein kleiner Muni mit. Du hast einiges abbekommen. Lass dich verarztet. Kohle gesammelt. Ja, tausend drin. Tausend ist nicht viel. Du hast das Geld verdient. Aber reicht vielleicht schon so die Doppelläufe, die kostet es noch nicht. Erstmal wieder eine neue Rüstung hier. Oh. Muss ich aufpassen, ja? So. Wo ist sie? Okay. Doppelläufe, Geschiesseisen. Genau. Dafür bitte noch Munition. Da war. Leer. Danke. Oh, Kohle. Wir können ja Kohle. Oha. Was war das denn für eine Vibration hier? Bei der Sonneanstrahlung. Hier Kampf und dann haben wir die noch mit. Geld kommen. Die Zeit ist ums. Geht und tötet mehr selbst. Laden ist geschlossen. Dead in here. Umliegen. Die Grafik ändert mich ein bisschen an deinen Leid. Guck mal. Oh. Oh. Ja. Haha. Setzt ihr auf der Kopf oder was? Wir sehen ja fast wie ein Team aus. Ja, ja. Achtung. Verhüllt er sich. Achtiger Schuss. Ja, Alter. Oh, hier kommt man noch. Scheiße, 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 scheiße. Guter Start. Jetzt beendet den Auftrag. Alle. Mach's gut, Mädel. Mach's gut, Mädel. Ja, es war ja unten schon. Neue Patrone im Laufe. Ich hab sie... Ich wusste das. Ich hab sie erledigt. Ich wusste, sie bestehen hat. Das war die M.H. Schöner Wasserfall. Mal gucken wir uns doch gleich mal an hier. Sind alle unverlebt? Oh, Paradies. Das ist das Strand hier, du. Wer das macht. Ja, deswegen. Das erinnert mich ja so ein bisschen an... Dying Light. Ne, nicht Dying Light. Dead Island. Boah. Oh, die wollen ja nicht füren durch, ja? Minus. Das war aber ernsthaft ja. Ja, dass wir mal ernsthaft was machen. Nein, ja. Ach, ja. Die wollen ja nicht füren, ja? Die wollen ja nicht füren, aber sie machen ja. Ja, die wollen ja nicht füren, ja? Ja. Äh... Warum kann ich hier nicht schweißen die Tüsen? Ah, schau mal die Katzen in die Tüsen schweißen. Nee, wenn sie kaputt ist, dann nicht mehr. Die haben sie ja schon aufgebaut, die Tüsen. Genau, ja. Ach, Reparaturform. Doch, die kann man reparieren. Zwei Granaten erledigt im Grenz. Perfekt. Die Kapsel ist wieder offen. Rüsten wir euch aus. Oh, hier liegt ne Wüste. Wir können es nirgendwo abspielen. Diese Nieze ist wieder dabei. Ich klicke dich wieder zusammen. Jetzt kann ich wieder rocken. Jetzt kann ich wieder rocken, Alter. Öffne das Handelsmenü und verbessere deine Ausrüstung. So, ich überziehe das hier in beide Punkten hier. So, das reicht. So, das reicht. Richtig, richtig gut. Das können wir geschenkt haben. Letzte Chance, Leute. Feinde geortet. Oh, der Mann Kaffee. Nach Sekundar. Ich freue mich, wenn wir 010 erreicht haben. Auf ne neue Klasse. Neue Waffen und so. Letzte Chance. Ich muss die Kapsel zumachen. Bonjour. Hol dir das Handwerkszeug für deine Job. So, hier ist ein Flugzeug. Ach, Z-Else. Das heißt nicht Z-Else, das heißt Fett-Else. Ach, Z-Else, das heißt. Ich freue mich auf, das ist hier. Cool. Ihr habt ihnen schön zugesetzt, aber es sind noch eine. Entdeckt mich. Ich lade nach. Oh geil, hier ist doch eine Anstrahlung. Oh ja. Oh nein. Oh, oh. Schieß doch. Habe mich. Ich sollte das alleine machen. Jawoll. aber ich hab den Minirock freigeschalten ah geil, ich hab die Pistole die Direktoren hier gefunden Schalldämpfer sogar nah nah ist er Leergeschossen für eine MP, das ist aber übertreffsicher kommt zu mir, die Kapsel ist sicher und offen gut gemacht das System sagt, dass du der beste Spieler des Teams machst ja ja muss das sein, Alter ich glaube, ist das so richtig grün ich weiß, wo ist klar ja vorrätig und gesichert wir sind richtig toll das gefällt mir schön, dass du wieder zurück bist ich loote nicht alles voll öffne das Handelsmenü und verbessere deine Ausrüstung ja, wenn du die einmal aufgesammelt hast, dann gehört es ein bisschen nach dir ja auf jeden Fall der Dematch MP7 mehr Sets im Anmarsch packt eure Sachen zusammen oh, den nehm ich gerne ich bin voll ausgerüstet also Mikrobellenwaffe durst ah ße die Nossa dort ja Denise der das hier wird verschlossen ich werde das ist der neue gegner ich muss ja groß die hat ja gar keinen schaden hey Fantastisch, danke. Kuppe hier. Scheiße, 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 scheiße. Ja genau, das war genau das Block, das war der Osten. Da ist ein Heldes Gelbe geschossen, das war der Leuchte. Da genau rein, das ist der Support da. Was ist aus, ne? Wer denn nicht, ne? Weg. Hahaha. Ich glaube sie weg. Boah. Ach, ich liebe meine Waffen. Jawoll. Oh, das war's. Ich habe keinen Boss da, ne? Jemand hatte etwas Grauenhaftes erlebt. Oder etwas Tolles. Kann nicht, Monster! Jawoll. Wie auch so viel du willst. Gleich wird es ernst. Wie sagen die Amerikaner noch? Du warst dieses Mal der MVP. Gute Arbeit. Ich hab hier Munition. Bonjour. Hol dir das Handwerkszeug für deinen Job. Was ist das hier? Du hast das Geld verdient. Kaufel? Jetzt gib es aus. Kaufel ist zu schwer, ja? Ach, schade. Ja. Ach. Öffne das Handelsmenü und verbessere deine Ausrüstung. Ich weiß. Ich habe etwas Munition gefunden. Wenn ich es habe, gebe ich es nur gleich aus. Lass dich neu einkleiden. Ich schließe die Kapsel gleich. Ich habe Geld verdient. Wer braucht es? Ich bin Geld. Ich bin Geld. Er gibt mir Geld. Ach, du bist mir Geld? Ich bin Geld. Wer braucht es? Ich bin in Spendierung. Wir ersetzt geortet. Zurück in den Kampfen, wir Satteln. Ja, das ist einsam. Ja, jetzt kommt doch Dicke. Und das ist gleich tot. Einige ist ja schwieriger als der Rakete. Und wir sollen zu dem Teil übergehen, bei dem wir... Oh nein, dir geht schon eine Rakete. Wo ist denn das denn? Alter, ich habe hier etwas Munition. Ich glaube, ich bin in Ruhe. Nein. Der ist wieder eingesperrt. Alter, das schafft er ja auch ohne mich. Zeit für eine direkte Leer an Gehensweise. Überlegen der Gegenswiegen immer. Ó. Oh. Fdas ist ja... lleine Auszahl. Und da raus. Fandast. 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 Was für tolle Sachen! Oh, ich kann da ab! Oh! Der hat mich da richtig eingesperrt und dann kam ich nicht da raus. Dann hab ich mich tot geschlagen. Was haben wir noch nicht? Wir haben noch nicht lange damit. Aber es bleibt, wo ihr seid. Wer bleibt tot! Ich habe eine Familie. Was habe ich? Ich bin doch jetzt viel neun. Schöner Schuss! Ja, den schaffen wir hier auch ab und mit. Habe ich euch Angst? Nein. Hat es nicht. Mir war nicht klar, dass es... Ich glaube nicht, dass wir die Situation wirklich... Versteht. Kein Flach. So fein. So fein. Das ist ein Stück. Überlegen wir gehen, es geht immer. Zett. Ich bin gerade bei mir. Boah, boah, boah. Ich bin gerade bei mir. Ich bin gerade bei mir. Ja, ich bin gerade auf. Ich bin gerade auf dem Weg. Ja. Sehr schön, ey. Jetzt macht es nicht mehr so viel Spaß. Jawoll. Alter, wie sein Darn da rausguckt. Sein, keine Ahnung. Seine Nadelschmier. Ah, danke. Soll ich durchfassen? Da hab ich zu, ja. Geht raus. Für die nächsten Runden. Und auch bei den 3 Skulls. So, ja dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschau tschau. Bis zum nächsten Mal. Dschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020